Wenn man heute von Brüssel spricht, denkt man sofort an das Europäische Parlament, welches dort ihren Hauptsitz hat. Dazu kommen ihre Sehenswürdigkeiten wie Le Grand Place, Manet Campis, Automium oder das Mini Europa im Spiel. Weiterhin findet man in der ganzen Stadt verteilt Statuen von historischen Persönlichkeiten Belgiens. Darunter von einem besonderen König, der das Schicksal des Kongos wie kein anderer entschieden hat. König Leopold II. Wenn Afrikaner bzw. Kongolesen die Monoment Leopold Le Deux-Statue sehen, ist es genauso, als würden Juden eine Statue zu Ehren Hitlers in Berlin sehen müssen. Warum der ehemalige belgische König Leopold II. den Kongo vernichtete und bei weitem grausamer, brutaler und listiger als Adolf Hitler war, seht ihr hier und jetzt auf Lux. Bleibt dran. Wir sind nun im 19. Jahrhundert. Durch afro-arabische Sklavenjäger sind alle Königreiche in Zentralafrika zerfallen. Eines der grausamsten Sklavenjäger und Massenmörder der afrikanischen Geschichte ist ohne Frage der Afro-Araber Muchipula aka Tipo Tip. Er arbeitete zeitweise für das belgische Königshaus und das deutsche Reich und war seinerzeit die einflussreichste Persönlichkeit Ostafrikas. Dabei unterstützte Tipo Tipo zahlreiche europäische Forschungsreisende wie den Walliser Henry Morton Stanley, der in den 1870er Jahren die Wälder und Dörfer Kongos erforschte und Großbritannien den Vorschlag gab, die isolierten aber reiche Landschaften zu kolonialisieren. Da Großbritannien sich aber nur für die Nilquellen interessierten, wurde sein Vorschlag abgelehnt. Tipo Tip nutzte somit die Chance, ganze Dörfer und Stämme zu zerstören oder zu versklaven. Erzbischof Charles Cardinal Lavigerie setzte sich in Europa für die Menschenwürde und Menschenrechte der Afrikaner ein. Durch den Druck der Kirche sollten die illegalen Machenschaften der Arabern und Europäer gestoppt werden. Doch nicht nur Afro-Araber und Europäer waren das Problem. Da Araber weniger für Sklaven zahlten, versklavten afrikanische Häuptlinge ihre eigene Leute oder entführten Frauen und Kinder aus ihren benachbarten Stämmen und verkauften sie an amerikanische Sklavenjäger, die selbst so gut wie nie auf Sklavenfang waren. Die Feinde Afrikas waren also die Afro-Araber, Europäer und Afrikaner selbst. Katholische Missionare unter der Führung vom Erzbischof Lavigerie schützten ganze Dörfer und Stämme in Bakongo und Zentral-Kongo vor der Sklaverei. Sie waren zu der Zeit die einzigen Feinde der Sklaverei und rüsteten die Kongolesen aus, indem sie vor Ort Kirchen gründeten und eine kostenlose Bildung angeboten haben. Damit Kinder und Frauen nicht als Sklaven missbraucht werden, wurden auch in Dörfer Kirchen gegründet, um sie als Messdiener oder ähnliches arbeiten zu lassen. Das Christentum hat im 19. Jahrhundert ein schwarzes Kapitel in Afrika, aber nicht im Kongo. Viele Kongolesen haben sich als Dank für die Befreiung christianisieren lassen und waren vom biblischen Idealismus überzeugt. Belgiens König Leopold II. stellte sich zur Verfügung als privater Mann mit einer privaten Armee, die Zentralafrikaner aus ihrem Leid zu befreien und dessen Infrastruktur aufzubauen. Als Retter der Schwarzen oder wie man ihn damals nannte, Wohltäter der Negern, wird er von den Massen in Europa bejubelt und reist als Aktivist und Befreier in dem Kongo. Doch es sollte die größte Lüge im 19. Jahrhundert werden. Nachdem Leopold II. mitbekommen hat, dass Stanleys Vorschlag von den Briten abgelehnt wurde, tat er sich konsequent mit ihm zusammen und erzählte ihm von seinen listigen ausbeuterischen Plänen. Plötzlich sind auch andere europäische Mächte an den Gebieten des heutigen Kongos interessiert und somit entfachtete sich ein Wettlauf zwischen Leopold und andere europäische Sklaven und Elfenbeinhändler. Mit Hilfe von Stanley, der den Kongo durch seine Forschungen gut kannte, konnte er sich viele Gebiete des Kongos sichern. Da er Angst hatte, seinen Anführungszeichen Besitz zu verlieren, gründet er den Staat Kongo als sein Eigentum, der von allen anderen Mächten respektiert werden soll. Doch die Portugiesen sahen den Bar Kongo weiterhin als ihr Zuhause an. Leopold provozierte 1880 einen neuen Konkurrenzkampf. Alexander del Comune, einer unter den Diensten Leopolds, verfolgte die Taktik, Unterschriften von den Dorfkönigen zu sammeln, um in Europa Leopolds Eigentum zu bekräftigen und die Portugiesen aus dem Rennen um Bar Kongo zu werfen. Alle bar kongolesische Könige banken um ihre Existenz als Autorität. Mit der Versicherung, dass ihre Macht erhalten bleibt, indem König Leopold sie von den bösen Sklavenjäger und Arabern schützt, unterzeichneten sie den Vertrag. 1884 wird der Vertrag nach Brüssel geschickt und Leopold steht kurz vor seinem ersehnten Ziel. Reichskanzler von Bismarck hatte die Großmächte am 15. November 1884 in Berlin zur Kongo-Konferenz eingeladen. Obwohl es nur um die Einteilung des Kongos gehen sollte, endete sie mit der kompletten Aufteilung Afrikas. Die geografische Aufteilung Afrikas wurde an diesem Tag radikal und ohne die Präsenz eines Afrikaners durchgezogen. Stämme und Familien wurden getrennt und mit anderen fremden Stämme und Familien zusammengesetzt. Das erklärt auch die gegenwärtigen internen Unruhen in Afrika. In dieser Konferenz setzte sich Leopold mit seinen gesamten Geniestreichen durch, den neu gezogenen Kongo, mit anderen Worten das größte Land Zentralafrikas, unter seiner Herrschaft als sein Privatbesitzer sichern. Dabei ist sie betonen, dass das belgische Parlament wenig von seinen Machenschaften Bescheid wussten. Sie sahen dies als eine kleine kapitalistische Abenteuerlaune, während interne soziale Probleme in Belgien bekämpft werden mussten. 1885 wurde die Stadt Burma in Bakongo zur Hauptstadt von Belgisch Kongo, wo die Sklavenarbeit zur Infrastruktur begangen. Im selben Jahr wurde die Force Publica gegründet. Die nationale Armee bestehend aus Kongolesen mit weißen Kommandanten. Sie bestand aus befreiten Sklaven, aber meist Außenseiter der Dorfbewohner. Ihre Aufgabe war schlicht für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Anfang des 20. Jahrhundert verdreifahrte sich die Mannschaftsstärke auf mehr als 13.000 Soldaten. Diese ehemalige Außenseiter und befreiten Soldaten waren gegenüber ihrer Landsleute rachsüchtig und ließen ihrer Grausamkeit freien Lauf, was von den Belgiern gedeckt und gefördert wurde. Als 1890 viele Sklaven aus Sierra Leone, Senegal und Guinea in Bakongo, genauer gesagt Matadi, eine Eisenbahnstrecke errichten, steigt der Wert im Bereich Infrastruktur ihren Wert, was der Transport von Rohstoffen und Ressourcen angeht. In acht Jahren wird die 400 Kilometer weite Eisenbahnstrecke von Matadi bis Kinshasa, damals in Leopold-Wil umbenannt, errichtet. Doch die Arbeitsbedingungen sind unerträglich. Unter strenge Beobachtung sterben hunderte Afrikaner. Als die belgische Regierung Anfang 1890 gegen die Sklaverei in Afrika eine Konferenz organisierte, trug der trickreiche Leopold II. eine gemeine Rede. Während er Millionen von Kongolesen versklavte und gegeneinander aufhetzte, nutzte er die Veranstaltung aus, um sich noch einmal als Wohltäter der Menschheit, besonders der Afrikaner, sich zu inszenieren. Dazu bittet er das Parlament, um eine Verstärkung der belgischen Armee im Kongo, um die Kongolesen von Arabern zu schützen. Doch das ist nicht alles. Währenddessen mussten seine Agenten weiterhin durch die unmenschliche Arbeit der kongolesischen Sklaven für Ergebnisse sorgen. Der Druck, die Einsamkeit und die Depression der weißen Beamten steigt so sehr, dass sie grausamer zu der schwarzen Bevölkerung wird. 1891 werden viele kongolesische Dörfer, die sich widersetzen, verbrannt oder bestraft. Deren Häuptlinge wurden öffentlich zur Abschreckung hingerichtet. Vor allem waren die Bateteler dafür bekannt, sich zu widersetzen. Von Leopold II. aus Belgien kamen die Befehle, dass die Erfolgsquote der Couch-Produktion in einem kurzen Intervall erzielt werden soll. Belgische Agenten waren somit gezwungen, die Arbeitsbedingungen der Eingeborenen zu verschlimmern und die Maßnahmen bei Müdigkeit oder Protest unerträglicher zu machen. Kranke und erschöpfte Frauen, Kinder und Männer wurden von der mörderischen Peitsche Shikot ausgepeitscht. Hunderttausende von Kongolesen kommen um. Seit der Reichsgründung Leopolds wurde die Hälfte der kongolesischen Bevölkerung ermordet. Die grausamste Filtermethode, die den Kongolesen zugefügt wurde, war das Abhacken von Körperteilen. Hauptsächlich das Abhacken der rechten Hand oder vom Penis. Kranke Kinder oder Babys wurden lebendig im Fluss geworfen. Weitere Millionen verlieren ihren Leben. Aufgrund der Autoindustrie stiegen die Kautschukpreise und der Kongo zählt nach kurzer Zeit als der größte Kautschukproduzent der Welt. Ein Triumph vor Leopold II., denn in den nächsten Jahrzehnten verdoppelte sich sein Privatvermögen. In den darauffolgenden Jahrzehnten verdreiferte es sich. Westliche Journalisten ließen sich korrumpieren und schreibten ihm zugunsten einseitige Berichte. Die ganze Welt ging davon aus, dass der Kongo menschenfreundlich und gewaltfrei regiert wird, bis der afroamerikanische Journalist Leopold Schattenseite entlarvte. Sein Name? William Shepard, ein evangelischer Journalist. Aus dem Tiefen des Landes berichtet Shepard den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa folgendes. Ein Häuptling brachte mich zu einem Zaun. Hinter dem Zaun lagen unzählige abgehackte rechte Hände. Insgesamt 81. Dabei fanden wir auf einem weiteren Feld abgehackte Füße und Hände. Kleine Hände und Große. Durch diesen Bericht wurde der Druck gegen Leopold II. immer größer. Aber auch, weil der britische Journalist und Politiker Edmund Morwell die Machenschaften des Leopolds genauso entlarvte. 1908 ist Leopold II. gezwungen, seinen Privatbesitz an den kleinen und jungen Staat Belgien zu übergeben. Ob die Regierung die Ausbeutung, die Gräueltaten, die Massenmorde und Missbrauche seines Königs beenden könne, blieb zunächst unbeantwortet. Doch Leopold II. wird nie erfahren, wie Belgien den Kongo regieren wird, denn Monate danach stirbt er am 17. Dezember 1909. Hier also nun die Zusammenfassung. 1. Tippetipp gehörte zu den größten Sklavenfängern der Geschichte und unterstützte Henry Stanley bei den geografischen Forschungen im Kongo. 2. Die katholische Kirche durch Erzbischof Charles Cardinal Lavigerie war vor und während Leopolds Zeit der einzige mächtige und einflussreiche Opposition gegen die Sklaverei und Gewalt im Kongo und setzte sich für kostenlose Bildung ein. 3. Leopold II. taunte sich als Wohltäter der Menschheit, um gedeckt seine private Taschen durch Ausbeutung und Sklaverei zu füllen. 4. Am 15. November 1885 soll in Berlin durch Einladung von Bundesrechtskanzler von Bismarck über die Aufteilung des Kongos debattiert werden. Letztendlich wird ganz Afrika ohne die Präsenz eines Afrikaners aufgeteilt. Leopold bekommt das größte Land in Zentralafrika. 5. Die Kongolesen werden ausgepeischt, verstümmelt und hingerichtet. Der Kongol-Greu ließ sich dadurch definieren, dass Kongolesen die rechte Hand oder andere Körperteile abgehackt wurde. Seit Leopolds Staatsgründung stirbt die Hälfte der kongolesischen Bevölkerung. 6. Durch den internationalen Druck muss Leopold 1908 den Kongo an dem Staat Belgien abgeben. Kurze Zeit später stirbt er. 6 Jahre später beginnt in Belgien der Bau einer Leopold-Statue, die dann 1996 abgeschlossen wird. In Antwerpen werden bis heute schwarze Schokolade in Form einer rechten Hand verkauft. Und jetzt öffne ich kurz eine neue Debatte. 7. Die Geschichte des Kolonialismus hängt nicht nur, wie wichtig der Zusammenhalt ist, sondern auch, wie dämlich und beschämend es ist, dass heute viele Dunkelläutige sich untereinander Neger nennen und nicht Schwarze das Wort verbieten. Jeder, der dieses Wort in seinem Alltag benutzt, verleugnet den Gräuel an die schwarze Bevölkerung und bestätigt die Rassenlehre, die damals aufgestellt worden ist. Denn der Ursprung von Neger, Neger oder Negro ist der Begriff Negride auf Lateinisch, die aufgrund der damals aufgestellten Rassenlehre aufgestellt worden ist. In der Rassensystematik gibt es den Sudanide aus offenen Savannen von dem Sudan und Guinea, Nilotide aus dem Oberen Niel, Äthiopide aus Äthiopien und Ostafrikanischen Tropengürtel, Palenegride aus dem Regenwaldzone Zentralafrikas, Kaffride aus der südafrikanischen Trockenwaldzone, Bampotide, die Pygminen aus dem Urwälder des Bandendus aus dem Kongo und die Khoisanadide aus den Trockengebieten Südafrikas. Der Gesamtbegriff ist Negeride. Aufgrund der Körperbau und Körpergröße ist nach der Rassenlehre der Nigger ein Halbmensch und ein Halbtier, der für die Fortpflanzung und harte Arbeit für kapitalistischen Zwecken geboren ist. Nun kämpfen Jahrhundert von Jahren Afrikaner dagegen, während einige sich untereinander noch so nennen und dabei ein Gefühl von Zusammenhalt verspüren. Nun, das nächste Mal, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester als einen Nigger bezeichnest, solltest du diese Bilder vor Augen haben und gewiss sein, dass deine direkten Vorfahren sehr wahrscheinlich genauso aussahen. Aber ich sag euch folgendes. Du bist mehr als ein Nigger. Du bist mehr als eine Fortpflanzungsmaschine, mehr als ein Sklave des Kapitalismus, mehr als ein Unterhaltungsinstrument. Denn wenn du willst, kannst du morgen Brücken bauen, im Weltall fliegen und Völker regieren und weißt du warum? Weil du mehr als das bist, was dir vorgeschrieben worden ist. Streb nach Lux und verbreite Lux, denn für Wissen ist man nie zu alt. Bis dann. Musik 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 Musik